Guts! Willkommen zu einer neuen Folge von Siedler 3! Wir sind am Start! Wir haben die erste Kampagne erfolgreich bezirwungen und jetzt kommt die zweite. Jetzt stehe ich vor den Trümmern meines Reiches und kann wieder von vorne anfangen. Remedius ist mit seiner Bande auf eine Insel im Norden geflohen und hat ein Bündnis mit einer Horde Piraten im Westen geschlossen. Wir müssen unsere Insel schnell wieder besiedeln, die Küsten sichern und dann über die See. Die See, die meine Heimat ist. Remedius sollte sich nicht zu sicher fühlen. Gut. Zweite Mission am Start und wir werden direkt mal pausieren. Jetzt! Um zu gucken, was hier abgeht. Um zu, um, um zu, hallo. Okay, dann eben doch nicht. Um zu gucken, was hier abgeht. Hier haben wir hier. Das ist unsere wichtigste Sorge hier. Ähm, hier ist, soweit ich weiß, alles easy peasy. Ihr müsst dann hier direkt mal eine Werft machen. Und eine Anlegerstelle, glaube ich, auch nur. Ja, sowieso. Gut. Ähm, und dann auch sofort. Zack. Den beenden wir mal. Gut, die sind beschäftigt, das heißt, jetzt können wir hier uns erstmal ran machen, weil hier ist, äh, das Wichtigste, weil unten sind Feinde und oben sind Feinde. Unten, die gehen uns mehr auf den Sack als die von oben. Ach, nee. Ja. Wir brauchen erstmal hier, was ist so. Die Leute brauchen wir erstmal. Kann man hier schon Eisenspelzchen bauen? Da, okay. Werkzeug. Da und da. Ja. Läuft. Das ist jetzt nicht so optimal, dass das Zoom verstreut ist, aber hey, was soll's. Die brauchen wir eigentlich nicht. So. Muss mal hier eben kurz gucken, ob das hier hängt. Weil ich habe die Qualität jetzt noch um einen hochgeschraubt. Ich hoffe, dass das so gut ist. Ich hoffe, es ist gut. Das hier wird aber diesmal ein, zwei, drei Teile. Mal gucken, wie gut wir das jetzt hinbekommen. Ja, könnt ihr euch mal jetzt bewegen? Euer Ernst? Hä? Was ist das denn für eine Logik? Okay. So. Erstmal hier und dann hier. Okay. Zack. Fähre. Ähm. Ziel ist hier. Ach du Scheiße. Äh. Ähm. Okay. Sehr. Ja. Ja. Ähm. Ich komm her. dä рыb. Ich komm her. Ich komm her. Du. Thür. Ich komm her. Dann kann her. Oh, läuft. So. Das sieht doch gut aus. So. Ähm, okay. Wir brauchen direkt alle für Pioniere. Oder ich sag mal, okay, die meisten für Pioniere. So, und direkt nochmal. Und hier, zack, 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 zack. Hat er jetzt Angst zu klingeln, oder was? Und hier, zack. So. So, so, so. Okay, Woffenschmied haben wir fertig. Das haben wir noch nicht. Eisenschmelzen muss eine Priorität bekommen. Und... Den nehmen wir mal direkt hier ein. Hier unten. Sehr gut. Zwei Geologen dahin. Sehr schön. So, ihr nehmt mal einen hier. Hier nimmt ja auch mal schön ein. Ach, der 29 Pioniere, ja, läuft. Die können wir ja zurückwandeln. Zum Glück. Also, daher. Alles gut. Eisenschmelz ist wichtig. Auch noch ein Stein. Der kommt da. Und ansonsten machen wir mal direkt hier schon die Fischerei. Ein bisschen weit weg, ne? Haben wir da genug? Oh, drei Angeln haben wir. Perfekt. Das ist gut. Das ist gut. Aber das ist gut. Ab hannolei. rs Mal. Ah, der braucht doch ein Eisen, los, go, go. Also die Hammer, die sind irgendwie inkompetent, kann das sein. Die wollen irgendwie nicht Hammern. Oh, Mann, ey. Na, hoffentlich wird das was. Und hoffentlich wird hier auch mal was. Ja, weil Eisenschmelze ist on the run. Alles Eisen dahin. Da kommt sogar schon Cola. Spy Cola. Na, weil. Okay, ich sollte mal hier unsere Holzproduktion machen. Habe ich voll vergessen. Okay. Ich rufe. Ich rufe. Wie kommt man da auf 10? Stimmt. Leil. Und natürlich eine Kaserne bauen, ne? Eine Kaserne. Da ist er hingefallen. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ich habe zu wenig. Verdammt. Oh, Alter. Das, dat, dat war jetzt safe in letzter, äh, letzter Sekunde. Ich hatte nämlich zu wenig. Soldaten gehabt. Boah. Dat war nice. Gut, hier haben wir Cola, da haben wir Eisen. Hier unten kommt ein Eisenschmelze. Hier kommt ein Werkzeug. Hier kommt eine Waffenschmiede. Und... Das wird aber alles noch nicht angefasst. So. Wir schicken euch mal hier hin. Dort kam echt in letzter Rettung hierher. Und dann kommt der hier, so. Können wir hier... Ja, das können wir. Sehr schön. Das muss jetzt dringendste Priorität haben. So. Ihr könnt nach oben. Können wir hier sogar noch einen Stellenbruch hinmachen? Nein, okay. Okay. So. Holz haben wir. Sehr schön. Säge haben wir auch. Wir haben halt kein Holz. Also da nur noch drei, aber trotzdem haben wir kein Holz mehr. Das ist... Problematisch. So. Die können wir sogar schon... Ups, haben wir jetzt alle gemacht? Ups. Hey. Herzhaft? Nein, ich wollte jetzt nicht alle machen. So. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh, no, no. Ach ja. Ach ja. Natürlich entleeren. So. Dann haben wir sogar alles hier. was. Oh, wow. sind denn hier die arbeiter warum hängen die da auch so noch nicht fertig ist wir gucken mal hierhin ptw hier mal nach oben so der gegner ist nämlich hier in der rolle wir da irgendwo müsste er sein ich hier habe ich nicht okay drauf machen wollen wir mal auch die politik drauf machen zwar wird das sehr lange dauern bis man hier die große wohnhaus fertig ist aber egal 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 was ist denn hier mein was ist denn hier was ist denn da was ist denn da ich werde dann aber auch die 20 minuten folgen machen heißt ich bin jetzt diese folge hier freue ich mich auf eine weitere folge auf die nächste folge ich sage tschüss von siedler 3 und tschüss